Irgendwann hat mir grad geschrieben, dass Kiel 3-0 gewonnen hat in Hamburg. Alles klar. Ja. Hä? Aber eigentlich musst du von dem hier auch auf die Dings kommen. Weil du willst das sonst machen. Ah, warte mal. So. Wir dürfen gleich noch nicht ins Exit. Können wir doch noch gar nicht. So, jetzt müssen wir das weg machen. Rüberschmeißen. Jetzt musst du da unten rauf. Genau. Genau. Da sind noch zwei Sachen. Ah, war nice. Nein! Weil wir da gerade einmal zu oft gestorben sind. Ja, wir hatten alles eingesammelt, aber wir sind da einmal zu oft... Haben wir da gerade bei den Dingern gefailt. Okay, nochmal. Wir wissen jetzt, wie es geht. Wir müssen im besten Fall einfach nochmal so einen Doppeljump machen. Das ist ja nicht so. Das hat halt auch so lange gedauert, weil ich das irgendwie ein paar Mal gefehlt habe. Was? Und das hier hat länger gedauert. Ups. Okay, werf du mich. Nein! Wow! Oh, Leute! Wirf, wirf! Wow, ich spawn hier. Nein! Hat auch funktioniert. Ja, scheiße, jetzt komm ich da nicht mehr hoch. Kannst du da oben spawnen? Da spawnst du da oben? Okay, wir haben jetzt noch eine Minute. Oh shit. Was? Was? Ja, jetzt... Du stirbst da auch, glaub ich. Nö. Ah, geht auch. Leute, ich bin hinten! Leute, wie ist das? Ja, ich aber nicht. Stimmt? Oh, scheiße. Beeil dich ganz schnell. Wenn du jetzt ohne Fail durchkommst, dann... Hallo? Du musst früher Doublejumpen einfach. Genau. Hast du alles? Loll. Ich wurde nochmal eingesperrt. Easy. Das letzte Ding ist echt scheiße. Das ist echt... Das ist mit dem Jumpen da ist halt komplett durch. Mit Zeit. Mit Zeit. Wir haben alles mit Zeit. Bisher. Ja. Sind halt einfach... Mains. Erst mal explodieren. Vor Freude. Das wird spannend. Ich glaub, hier dürfen wir auch nicht sterben. Weiß. Einfach durchrushen. Doch wir dürfen sterben. Weiß. Einfach durchrushen. Die Gegner. Die Gegner können wir eigentlich alle ignorieren. Ja. Loll. Die Gegner. Ich muss da unten durch. Kann schon weitergehen. Ja. 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 Backe, 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 backe Ich hab's voll Knochen. Ja. Oh. Ey. Blöd. Jetzt kommen wir nicht weiter. Wow. Wow. Mann. Ja, okay. Ich verstehe. Du kannst sterben prinzipiell. Ich häng jetzt hier grad fest. Nein! Haha. Wow. You're very thorough. Haben wir alles? Äh. Let's see which one of you failed the least. Haha. Nets. Lange Beine. Haha. Famous. Woo. Easy, Alter. Kapi. Kapiti. You sure know how to make the best of a confusing and hopeless situation. But boy, this place is quite the enigma. Wouldn't you say? I would. And you know, a little warning would have been nice. You know, before they threw us head first into this gladiatorial, prison-y place with its perilous medley of twisted stage productions that shred the silky fabric which weaves together the fragile blanket of sanity that keeps us sane. But you know, whatever. Either way, it's safe to say we're in quite a pickle jar here. We gotta rescue our friends and get back to Mr. Boat. I mean, they'd do the same for you. And adventuring just wouldn't be the same without, I don't know, this guy. Best chef in all the land. Food so stupid delicious one taste would blow your face through the back of your head. Like a bang splat. And who could forget this quirky fellow? You know, he owns a bat farm back home and his lifelong dream is to breed a terrifying race of super bats. None of which makes any sense, of course, because he's absolutely terrified of bats. And this lovely lass always tells the best bedtime stories, hands down. Plus, she always smells like chocolate, so that's good. And then there's this guy and this handsome fellow and that thing. All your best friends imprisoned. And they don't like it very much because it's bad and horrible. And then there's Hattie, the best friend of all. Why did he stab us in the back and twist the blade? I mean, just this morning he gave everybody flowers and presents and now he goes out of his way to hurt our feelings? Oh, I think not. You can't fool me. Hattie would never betray us. Betray us. Never! Something fishy is going on here and I think I don't like it right now at all. It must have something to do with that scary, albeit fashionable hat. Sure looks evil. I mean, it's glowing red and stuff. Glowy red stuff is always bad. Everybody knows that. So what's dangerous treats lie in store as we continue to unravel this treacherous sweater? I don't know. But use caution as you continue your gallant endeavor. Don't, don't like fail and die and stuff, cause it's all up to you now. Why did, why did do that? That was scary. And that thing. I don't know. Guck mal, I have here in the next one also already a lot. I can't throw it off! Yeah, we have a new family. Yeah, yeah, yeah. Woo! 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 Alles klar. Woo! That is great. That is great. That is great. Ah, es ist so warm, ne? Ja. Was will ich denn hochschmeißen hier? Danke. Kein Ding. Das ist voll, Knäuel. Ach, wir brauchen den. Nein. Wow. Wow. Oh, is it breakfast time? Oh, Brot. Mein Toaster. Die etwas buggy sind. Wie ist es Toast, Alter? Gar nicht abgefuckt oder so. Ach, die Dinger sind auch fies. Ich hab auch überall wieder ankreuzt. Das Steamfenster hat sich geöffnet bei mir grad. Höh! Hm. Okay, da ist auf der anderen Seite noch eins. LOL! Also, ob du jetzt da gespottet bist. Hä? Was ist klar, ich musste mich grad eben die ganze Zeit nicht bewegen, ne? Oh, warte! Oh, warte! Spaß! Ich wollte das einmal machen, Alter. Oh, leih. Oh, goodness. Scheiße. Musst doch nicht landen. Zeit haben wir diesmal auch nicht geschafft. Ne? Da ist jetzt Zeit! Ja, warum nicht? Ne, ich setze mich erst mal vorm Ziel hin. Kleines Päuschen. Jo. Ich hab mir schon wieder nur die oberen linken drei Typen... Aha! Ah, wirklich mal! Oh. Oh. Oh no! Kitty! Hä? Äh, äh! Äh, äh! Weißt du, wir haben hier den Checkpoint? Aber er zählt nicht, ne? Ne, irgendwie nicht. Tötet ihn! Hast du den Beruf gesehen? Gem, 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 gem! Oh, unten? Oben ist auch noch ein Gem. Einfach die ganze Zeit auf die rumjumpen. Oh nein! Nein, 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 nein! Hier wollen wir nicht rein. Lol! Geil! Oben noch der? War bei, oder? Oh! Oh! Easy! Yeah! Ja, aus Versehen! Bin ich aus Versehen ins Ziel gejammelt? Aus Versehen! Ja, voller Absicht! Bisschen Zeitdruck ausüben auf der...